Speziell anlassbezogen und vor allem sehr lang. So gibt es in den USA beispielsweise einen Video Privacy Protection Act, der sich nur damit beschäftigt, was mit den Informationen über bei Videotheken ausgebrockten Videokassetten passiert. Hintergrund war hier, dass in den 80ern die unspektakuläre Videoliste eines Kandidaten für den obersten Gerichtshof veröffentlicht wurde. Das wollte man in Zukunft vermeiden. Für alle anderen Kundendaten oder etwa ausgeliehene Bücher aus Bibliotheken gibt es sowas jedoch nicht. Statt einer abstrakten generellen Regel über Kundeninformationen gibt es nur eine für Videolisten bei Videotheken. Nachdem es aber in den USA kaum noch Videotheken gibt, ist der Anwendungsbereich überschaubar. Es gibt aber auch andere spezielle Regeln für Gesundheitsdaten, Kreditinformationen oder Kommunikationsdaten. Es gibt sogar ein Online-Datenschutzgesetz, das gilt aber wiederum nur für Kinder bis 13 Jahre. Am Tag nach dem 13. Geburtstag sind Kinder also wieder vogelfrei, was dazu führte, dass die meisten US-Angebote im Netz erst ab 13 Jahren zugänglich sind. In jedem dieser Einzelgesetze sind die Regeln auch vollkommen anders. Dazu gibt es in den USA natürlich noch das Richterrecht, Case Law genannt. Also ein nicht niedergeschriebenes Gewohnheitsrecht, das sich aus unzähligen vorangegangenen Gerichtsentscheidungen ergibt. Dass ein solches Flickwerk aus detailreichen Regeln mit hunderten Ausnahmen und Sonderregelungen für ein Start-up unüberblickbar ist, glaube ich sofort. Für Unternehmen ist so ein System allein schon wegen der fehlenden Rechtssicherheit problematisch. Dieses Konzept ist aber genau nicht der europäische Ansatz. Bei uns kann man vergleichsweise leicht